Hallo Leute, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu den Wrestling News, die Themen heute. All Elite hat großes Interesse an Chad Gable, Terry Funk an Demenz erkrankt und Jimmy Uso wurde verhaftet. Für die nächsten News Episoden werde ich natürlich wieder über die Matches gehen, die wir für Unlimited Wrestling geplant haben. Das Event wird am 24.7. in Thales stattfinden. Und da wir eine Corona-Inzidenz von 0 haben, heißt das für euch, dass es keine Testpflicht und keine Maskenpflicht am Platz gibt. Das heißt, ihr könnt ganz entspannt bei der Show dabei sein. Und ich habe natürlich auch gleich den Main Event für euch und zwar Bad Bones John Klinger gegen Fast Time Moodle um den Unlimited Titel. Und wenn ihr noch Tickets haben möchtet, solltet ihr euch beeilen, denn wir haben nur noch 35 Stück und das ist nicht mehr so viel. Von daher checkt unlimitedwrestling.de aus und dann seid dabei. Bei einer Autogrammstunde gab es einen kurzen Moment, in dem John Marksley vor der Kamera seine Mütze hochgehoben hat. Und darunter sahen wir, dass er aktuell eine Glatze hat. Das kann sich zwar, bis er wieder irgendwo zu sehen ist, wieder ändern. Und so viel Haare hat er jetzt doch nicht auf dem Kopf gehabt, aber trotzdem vielleicht ein neuer Look. Nikki Cross hat in einem Interview über ihr neues Gimmick gesprochen. Sie hat ja aktuell so ein Superhelden-Gimmick, beziehungsweise noch nicht ganz ein Superhelden-Gimmick. Und sie sprach aber eher jetzt darüber, dass man schon fast denken könnte, dass das ihre Idee ist. Ging also darauf ein, dass sie natürlich inspirierend sein möchte für junge Damen. Und halt auch zeigen will, dass selbst wenn man keine Superkräfte hat, man trotzdem ein Superheld sein kann. Und stark sein kann und so weiter und so fort. Und ist mit dem Gimmick eigentlich ziemlich zufrieden. Und ja, auch was die Gier und so weiter angeht, das findet sich alles sehr, sehr cool. Und versucht auf jeden Fall das Beste daraus zu machen. Gerade weil man ja immer überlegt hat, so ne komischen Gimmicks könnten ja auch manchmal einfach WWE-Entscheidungen sein. Aber hier scheint es wohl so, dass das ihre Idee war. Dann gibt es eine sehr interessante Info zu Chad Gable. Aktuell ist er ja bei SmackDown und in einer Tag-Team-Geschichte mit Otis. Und hier ist es aber so, dass sich das bald ändern könnte. Denn es gab mal das Gerücht, dass Chad Gables Vertrag demnächst auslaufen könnte. Das kam eigentlich mal zustande, indem Dex Harwood mal getwittert hat, dass der Vertrag von Chad Gable im Mai oder so auslaufen könnte. Und wir sind ja jetzt im Mai oder so, also eigentlich schon in dem oder so Bereich, aber trotzdem. Das heißt, es könnte sein, dass so langsam der Vertrag von ihm ausläuft. Und dann ist natürlich die Frage, wird er bei der WWE bleiben oder vielleicht woanders hingehen? Denn es gibt schon einige Stimmen bei All Elite, die schon immer gesagt haben, dass wenn Chad Gables Vertrag auslaufen würde, er sofort bei All Elite einen Platz bekommen würde. Das heißt, ihm stehen da eigentlich sehr gut die Türen offen. Heißt natürlich auch wieder, vertragsverhandlungsmäßig ist das eine gute Sache für Chad Gable. Kann dann halt entweder dazu führen, dass er mehr bei der WWE demnächst verdient oder dass er zur All Elite geht. Und auch Pro Wrestling Guerrilla hat jetzt bekannt gegeben, dass sie wieder zurück sind. Am 1. August wird es das erste, nächste große Event von Pro Wrestling Guerrilla geben, wo dann auch wieder Publikum mit am Start ist. Denn die haben in der ganzen Corona-Zeit nichts mehr gemacht. Ist auch gut so, denn gerade die kranken Matches, die die da abfeuern, da gehört Publikum schon irgendwie mit dazu. Und ja, cool. Dann gibt es ja seit einigen Wochen immer wieder Dark Matches bei Raw und SmackDown, die natürlich aufgrund der Tatsache, dass kein Publikum da ist, irgendwie sinnlos sind. Das heißt, es sind eigentlich keine Dark Matches, sondern eher Tryout Matches. Aber egal. Auf jeden Fall gab es diese Woche da auch wieder ein NXT-Talent, was debütiert ist in den Main-Shows, wenn man das so sagen möchte. Und zwar Tegan Nox. Sie ist ja eigentlich verletzt gewesen, war diese Woche vielleicht auch bei NXT, muss man halt gucken. Und dann gab es jetzt auch den Einsatz von ihr in einem Match gegen Toni Storm. Also auch sie könnte dann demnächst ins Main-Roster hochgezogen werden. Weil gerade wenn die WWE jetzt sagt, wir gucken uns jetzt einige NXT-Talente nochmal direkt an, ist das eigentlich so ein Call-Up-Zeichen. Dann haben wir ein paar Infos zu Paaren im Wrestling. Und zwar Chelsea Green und Matt Cardona, der ehemalige Zack Ryder, haben jetzt bekannt gegeben, dass sie am Neujahrstag, also am Silvester eigentlich, 31. Dezember heiraten werden. Und Dana Brooke hat das Ja-Wort gegeben, denn sie hat sich jetzt mit ihrem Freund verlobt. Dann hat General Matt Jack Gallagher im Internet ein Post veröffentlicht, bezüglich einiger Pläne, die man eigentlich für Tore 5 Live hatte, bezüglich der Tag-Team-Titel. Wir wissen ja, das war eigentlich so ein übelstes Gerücht, das hat sich sehr lange gehalten, dass man die Tag-Team-Titel für Tore 5 Live einführen wollte. Und daraus ist aber nie was geworden. Und Jack schrieb jetzt dazu, dass seit Tag 1 Tag-Team-Titel da waren. Die wurden zwar nie veröffentlicht, also die wurden nie in den Schoß etabliert, aber die Gürtel an sich waren da, seit dem ersten Tag von Tore 5 Live. Und immer wieder haben die verschiedenen Tore 5 Live-Wrestler Ideen gepitcht, wie man diese Tag-Team-Titel einbringen könnte. Es gab die Ideen, dass man Mexican-Style-Tag-Team-Matches daraus macht oder Six-Man-Tag, ein Trios-Title daraus macht. Und alles wurde weggeschmettert. Keiner wollte die irgendwie einführen, zumindest nicht von den Offiziellen. Und so blieben die auf ewig quasi im Schrank. Jetzt könnte man aber auch sagen, aktuell gibt es ja bei NXT die Ansage, dass man die Cruiserweight-Division viel näher in den Vordergrund bringen möchte. Und damit verbunden, ich will das jetzt nicht beschreien, könnte man aber vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob man vielleicht die Cruiserweight-Tag-Team-Titel bei NXT einführt. Aber da muss ich auch sagen, wäre ich jetzt nicht unbedingt so ein Fan von, denn Tore 5 Live war mal richtig stark, die Cruiserweight-Division war richtig stark. Und das alles dann jetzt bei NXT zusammenzubringen, mit den schon bestehenden NXT-Tag-Team-Titeln und den NXT-Tag-Team-Frauentiteln, wäre vielleicht ein bisschen zu viel zu tun. Da gibt es eine nicht ganz so gute Nachricht, und zwar bezüglich von der Extreme-Wrestling-Legende Terry Funk. Der ist nämlich aktuell in einer sehr schlechten Verfassung. Körperlich und geistig soll es da einige medizinische Probleme mit ihm geben. Zum Beispiel wurde jetzt auch bestätigt, dass er an Demenz leidet und dem scheint es halt wirklich nicht sehr gut zu gehen. Hier gab es auch den Bericht darüber, dass seit seine Frau 2019 verstorben ist, es nochmal rapide bergab ging mit ihm. Ja, weitere Infos hat man da aktuell nicht. Wird natürlich dann behandelt, aber tja. So, und dann kommen wir nochmal zu NXT, und zwar zu Roderick Strong. Der hat nämlich bei NXT einen neuen Vertrag unterschrieben. Und das ist alles ein bisschen interessant, denn wir wissen ja, Roderick Strong ist ja mit dieser neuen Diamond Mine Gruppierung zurückgekehrt. Und das musste nicht unbedingt sein, denn klar, diese Gruppierung war geplant, aber man wusste ja nicht, ob Roderick Strong wirklich einen neuen Vertrag unterzeichnet. Das heißt, man hat ihn erstmal aus den Shows genommen. Das ist übrigens eine Sache, die man aktuell mit sehr vielen NXT-Superstars macht. Das heißt, die Verträge laufen aus, man nimmt die erstmal aus den Shows, und dann versucht man halt, die Verträge neu zu machen und bringt sie halt dann wieder. Und das war zum Beispiel mit Roderick Strong auch so. Interessanterweise hat er seinen neuen Vertrag unterschrieben, bevor Diamond Mine dann wirklich in dieser Konstellation gegründet wurde und bevor seine Freundin Marina Shafir von der WWE entlassen wurde. Denn wenn das jetzt vielleicht noch mit dazu gewesen wäre, hätte sich vielleicht Roderick Strong anders entschieden. Weiß man natürlich nicht, aber ist ja bestimmt nicht so positiv, dass die Frau entlassen wird. So, und dann gibt es nochmal eine Meldung, eigentlich eine, die wir hier auch schon leider viel zu oft hatten, und zwar Jimmy Uso wurde mal wieder verhaftet, wegen Trunkenheit am Steuer, wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und wegen dem Überfahren einer roten Ampel. Er wurde am Montagabend von der Polizei angehalten. Die haben halt gleich gerochen, okay, Alkohol ist hier mit im Spiel. Es gab wohl ein paar Bier und wurde da natürlich Alkoholtester und da lag er dann über den Wert, der eigentlich erlaubt ist. Das heißt, Jimmy Uso wurde dann natürlich erstmal verhaftet. Das ging natürlich auch gleich durch die Medien, sowas ist halt immer. Und dadurch, dass das halt wirklich schon häufiger mal passiert ist, würde ich sogar eher anraten, dass man da vielleicht mal was machen sollte. Denn dieses Trinken und dann Autofahren ist ja nun nicht so geil. Also da könnten ja auch viel schwere Sachen noch passieren, gerade wenn man irgendwen noch verletzt oder sowas. Deswegen da sollte man vielleicht langsam mal drüber nachdenken, um Jimmy Uso denn irgendwie zu helfen, denn der scheint halt Probleme zu haben. Also schreit auf jeden Fall danach. Muss natürlich jetzt abgewartet werden, wie die WWE darauf reagiert, denn es gibt hier nämlich auch schon Stimmen, dass die WWE super sauer und enttäuscht über diese ganze Sache ist. Dass das halt jetzt erstens schon wieder passiert ist und halt auch gerade jetzt, denn er ist ja nun mal eingebunden in große Storylines und so weiter. Und da gibt es dann halt auch wieder Aufmerksamkeit. Also gerade jetzt haut es halt wieder so ordentlich rein. Ja, wird auf jeden Fall auch nicht positiv sein für ihn, außer es ist jetzt so ein Grund, warum die WWE vielleicht reagiert und vielleicht irgendwelche Therapiesitzungen ansetzen würde. So, wenn auf jeden Fall erstmal das News-Update für heute. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und schreibt mir noch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wen wollt ihr denn als Cruiserweight Tag Team Champions sehen? Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder heute Abend im Livestream. Macht nicht mehr Sonne, haut rein und ciao!